Ja, hallo! Heute ist Dienstag, ein glücklicher Dienstag. Ja, und Kapu hatte gestern ein Date und ich glaube, er hat's getan. Zum ersten Mal in diesem Land, muss man sagen. Nee, war gut. Hat Spaß gemacht, muss man sagen. Also ein exotischer Ritt, würde ich es jetzt mal nennen. Aha. Da ist aber jemand eifersüchtig. Was hast du denn gemacht? Du hast ja den ganzen Tag alleine verbracht, oder wie? Nö, nö, nö. Ich war in der Rezeption bei der netten Dame. Wie heißt die eigentlich? Oder nee? Würde das sich verraten? Mit ihr Zimmerschüssel sortiert. Was? Warte mal, warte mal ganz kurz. Ich komme gleich wieder. Ich muss noch einmal kurz was aus dem Badezimmer rum. Ja. Naja, aber ich kann es ja sagen. Ich habe Zimmerschüssel mit ihr sortiert. Was? Mh, nee. Ich mag so ein bisschen so Stroh-Matte. Pass auf, und dann habe ich mit ihr Zimmerschüssel... Ja, ja, ich kann es kämen. Ja, kenn ich. Pass auf, ich habe mit ihr Zimmerschüssel sortiert und ab und zu haben sich unsere Hände berührt. Aha. Super nice, oder? Was? So, ne? Was? Okay, ähm, ja. Es ist ein langsames Randtasten. Ein paar Tage habe ich ja noch. Ja, ich wollte gerade sagen, so viele... Also du hast jetzt nicht mehr so viele Tage, ne? Am Sonntagreisen-Levelabend. Das einzig blöde... Ja, na, egal. Ist egal. Jetzt habe ich das Gefühl, sie hat einen Freund. Ich glaube, ich muss ihn noch fragen. Ja, muss er noch fragen. Aber ich kann sonst auch... Ich kann ja hier meine Bekanntschaft noch fragen, ob die sonst jemanden noch kennt. Mit Schwestern, Bruder, irgendwas. Ja. Danke. So, dann... Ja, gut. Ja? Bis morgen, ne? Bis morgen. Genieß den Tag. Ich weiß jetzt gar nicht... Was soll... Schreibt doch mal in die Kommentare, was wir machen sollen morgen. Schreibt doch mal in die Kommentare morgen. Ja, schreibt mal rein. Schreibt mal rein. Danke. Bis morgen. Tschüssing. Wiederhören.